Sie wurden gedankt, selbst die Litterlei der Weißen, die wir in der Welt vermitteln haben. Sie selbst tragen die Schuld für ihre Handlung. Was? Oh, da geht's. Oh. Das ist cool. Danke fürs, ähm, ja. Du hast nichts gesehen. Ach, komm schon. Ja, schon kacke, wa? Ach, komm. Mensch. Ach, was machst du denn? Wieso kann ich den nicht... Wie so immer dieser Stress. Ui, es wird dunkel? Das ist ja sonderbar. Okay. Also, das war kein Rinder- oder Grafikfehler. Das ist so langsam... Ach, woher weißt du denn, dass ich hier unten bin? Tschüssikowski. Kein Bock auf euch. Hoppa. So. Oh. Ist das jetzt geskriptet? Die suchen mich. Ist das geskriptet? Sollen die kommen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, Maske abnehmen. Erinnern sie sich an mich, Hiram? Oder aufbehalten. Ich nehme die Maske ab und zeige ihm mein Gesicht. Korbo? Du? Du bist der maskierte Verbrecher, nach dem wir gesucht haben. Du? Nun, das macht jetzt auch nichts mehr. Ich kann nicht glauben, dass du hierher zurückgekommen bist. Heute Abend beenden wir deine Abenteuer. Diesmal, Korbo, wirst du hingerichtet und entkommst dich noch einmal. Darum kümmere ich mich persönlich. Sehr schön. Oh, was hat die Kaiserin nur in dir gesehen? Ja. Darf ich mich nochmal richtig anziehen? Da-da-da! Jai! Das verlief nicht ganz nach Plan. Juhu! Okay. Das verlief so gar nicht nach Plan. Ich finde dich schon noch. Oh, boy. Ich werde dich finden. Ja, ist gut. Wo bist du? Da bist du. Da bist du. Appentator! Viel Spaß. Ach nein! Ach, das ist unfair. Du bist kein Edelmann. Oh! Ach, das war zu laut. Das war's mit dir. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Verfluchte Outsider. Schwarze Magie! Ja. Eigentlich hättest du mich noch sehen müssen. Selber schuld, wenn du es nicht tust. Ah. So. Och, komm schon! Dieses scheiß Nest hier. Meine Güte, ihr seid ziemlich anstrengend. Oh, das wäre auch interessant, wenn die sich gegenseitig wieder aufwecken könnten, ne? Ich habe keine Betäubungsbolzen mehr, ne? Na gut. Dann warte ich jetzt einfach, bis der hier lang gegangen ist und... Aber der sieht mich hier, glaube ich. Ach, hei. Ja, bla 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 bla. Schüchter doch ein. So. Ich habe schon gedacht, da kommt er in meine Richtung. Und das war vielleicht etwas zu nah. Ich habe gedacht, ich würde nicht so nah bei ihm sein. Aber okay. Sehr schön. Und auch für dich heißt es... Gutsnächtle. Ach so, du machst dir Geräusche. Oh Gott. Habe ich mich gerade echt schon gewundert. Hier wollte ich doch auch nochmal vorbeischauen. Ich habe da einen gesehen. Ah, und der hat mich auch gesehen. Ich glaube, das war echt knapp. Hier weiter. Danke. Das darf doch nicht wahr sein. Ach. Ah, das ist doch so blöd. Nein. What? What? Ach, oben war eins. Oh, ich habe gerade so einen kleinen Herzkasper bekommen. Aber okay. Ah. Wie viel Fortschritt habe ich jetzt verloren? Ach. Scheiße. Haben wir bereits gelesen. Haben wir bereits gelesen. Haben wir alles bereits gelesen. Ah. So. Der Typ da oben fehlt. So. Okay. Nein. Nicht schon wieder. Ach, Kacke. Na? Checkst du was? Du hast mich doch bereits gesehen. Oh, da geht das nicht. Ach, wow. Der hindert mich daran, Magie zu wirken. Ach so. Wow, das habe ich jetzt erst verstanden. Okay. Hm, deshalb kann ich den wahrscheinlich auch nicht übernehmen. Das ist ja blöd. Ah. Ihr seid stressig, Leute. Wisst ihr das? Woher? Ah. Jai. Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Zielt auf die Beine. Na, nett seid ihr ja. Boah. Ich habe mich gerade schon wieder gewundert, warum es nicht geht. Acht. Ja. Ja. Ja, hoch. Verdammte Axt. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschauen. Tja. Oh, Mann. Mann, 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 Mann. Man hat nur Ärger mit euch, ey. Ihr habt mich noch nicht gesehen, ne? Nein, habt ihr nicht. Ich weiß nicht, dass du hier bist. Der geht bitte weg. Und... Und... Dich nehme ich mit. Sehr schön. Du siehst mich? Du kannst dich ewig verstecken. Der sieht mich nicht. Tja. Hätte er aber eigentlich müssen. Machen wir es einfach auf die altbekannte Weise. Er hat mich aber gesehen, ne? Ja, hat er. Ich werde dein Versteck finden. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Jetzt gehe ich nicht so komisch rum an so einer doofen Kante. Mein Gott. So. Noch einer weniger. Wie viele Wachen hat sie denn noch? Mein Gott. Einfach austesten, ne? Hier. Zack. Das interessiert jetzt mal wieder keine Sau. Und das hier. Kaiserliches Ei. Ich habe dem Kaiser sein Ei genommen. So. Eine Madame. Okay. Hier ist sonst niemand. Ja, wenn ich zurückkomme. Wird nicht so sein. So. Wie komme ich denn an die Frau? Scheint es, als wäre die Frau in einem Raum eingeschlossen? Halt doch einfach die Klappe. Da kommt wieder dieser Inception-Typ. Ach, kacke. Zum Glück ist der Typ nur so langsam. Naja. So. Kann ich mir mal wieder ein paar Sachen abgrasen. Der Walfänger, den kenne ich bereits. So. Na, die da. Hier gibt es noch Kabelwerkzeug. Davon haben wir allerdings schon genug. Ui, ui, ui. Hm. Ich habe wieder das Gefühl, dass ich so wenig rede. Mir tut es leid. Oh, Mann. Moment, das ist gar nicht. Das hat gar keine Energie. Na gut. Umso besser. Habe ich nichts gegen. Hier ist noch was. Da. Gemäste des Lord Regenten. Eigentlich wäre er wohl hier anzutreffen. Wenn ich mich nicht schon längst gezeigt hätte. Okay. Hätte man mit rechnen können. Wir dürfen wieder was suchen. Was ist das eigentlich, wenn ich... Was habe ich total vergessen, dass man mit dem Ding hier noch so ein paar Hinweise kriegt. Und dort hinten ist noch was. Aber erstmal lesen wir der Oberaufseher. Mhm. Auszug aus einer Schriftreihe über die Aufgaben und Rituale der Aufseher. Viele Jahrhunderte lang hat der Jedermannsorden sich als vorherrschende Religion der Insel gehalten. Seine Anhänger nennen ihn nicht nur den einzig bedeutsamen Glauben. Sie verfolgen mit wenigen Ausnahmen auch alle Anhänger anderer Religionen als Ketzer. Was zu... was? Harm statt zu Harmonie führt. Ach so, Harm. Schaden. Schäden. Ein lebendiges Beispiel ihrer Perfektion sein. Stirbt der amtierende Oberaufseher, ruft ein Gremium aus erfahrenen Aufsehern das Festmahl der bemalten Kessel aus. Äh, die erste Stufe auf dem beschwerlichen Weg der Wahl eines neuen Ordensleiters. Okay. Tja. Hier hätten wir ihn bereits finden können. Vielleicht. Den lieben Lord Regenten. Sokolops Genie und das neue Zeitalter. Habe ich da wen gehört? Oh. Jep, hab ich. Recht und rein. Wirke ich die Werke des Jedermanns. Des Jedermanns. Hör auf mit deiner Musikspielerei. Es ist grässlich. Ähm, wo haben wir das jetzt? Dort hinten. Ich muss hier durch. Wie? Äh, okay. Wie zum Geier komme ich da hinten hin? Hm. Das könnte durchaus interessant werden. Aber ich denke, ich werde jetzt erstmal, ähm, hier eine Pause machen. Äh, ich habe jetzt knapp zweieinhalb Stunden wieder aufgenommen. Merke gerade, dass ich, äh, nicht so... Falscher Raum. Wo ist das Schlafgemach? Da. Dass ich jetzt nicht gerade so, ähm, gesprächig bin und ich merke, dass das für das Let's Play, zumindest aus meiner Sicht, nicht so ideal ist. Ähm, wir haben hier zumindest wieder etwas geschafft. Wir werden hier das nächste Mal weitermachen. Oder... Oder von hier oben. Haha, ja. Von hier oben werden wir das nächste Mal weitermachen. Ähm, was gibt's dabei noch zu sagen? Schreibt mir in den Kommentaren, ob jetzt die letzten Parts, äh, äh, Video- oder Tontechnik irgendwie anders sind als vorher. Ähm, das würde mich halt interessieren. Und halt, ob ich jetzt gerade auch zu wenig gesagt habe. Ich habe immer das Gefühl, dass ich so zu wenig rede. Aber es ist auf der anderen Seite halt auch etwas problematisch, wenn man versucht, da... Ja, was heißt, wenn man das versucht? Ich krieg's im Endeffekt ja sowieso nicht hin, ne? Aber naja. Ähm, ich speichere jetzt. Wie ihr sehen könnt. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, looten und leveln. Juhu! Juhu! Bis dann. Juhu! Juhu!